Hallo zusammen, ich bin der Deutsche Laha und freue mich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chief-In-Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg für immer zusammen. Für dieses Chief-In müssen wir folgendes machen. Besiegt Kel'Thuzad im Sanktum der Herrschaft auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr das Herz des Überrests aufgetaut habt. Ja, was müssen wir dafür genau machen? Wer Kel'Thuzad schon länger kennt, der weiß, dass er in Naxxramas eine kleine Katze hatte, Mr. Bigglesworth. Und wie können wir sein Herz wohl auftauen? Indem wir sein Kätzchen dahin bringen. Gut, als erstes müssen wir aber schauen, dass wir das Kätzchen auftreiben. Wenn wir jetzt hier in den Dungeon reingehen, wir haben hier schon den ersten Boss quasi besiegt und landen, also Teragou ist down und landen dann quasi hier. Und jetzt müssen wir hier einmal ran, den Trash töten und hier hinten in die Ecke gehen. Hier etwa ran, auf der Karte bei den Koordinaten 63, 58. Und dort, hinten bei den Vasen, ist dann die Katze und die können wir anklicken. Das ist so eine grüne Schleimkatze, die könnt ihr einfach anklicken und dann läuft sie an den nächsten Spot. Wir müssen die jetzt zweimal finden und dann bei Kel'Thuzad an sich wieder aufklauben. Dann gucken wir uns noch den zweiten Spot an. Und zwar, wenn ihr die erste Katze gestreichelt habt, dann könnt ihr weitergehen. Ihr müsst quasi die neuen umboxen und dann seid ihr hier in diesem Korridor zwischen dem Leidenschmied und hier dem Dommersane. Und jetzt ist es so, dass hier an der Säule, bei den Koordinaten 72, 57, dann das zweite Mal die Katze ist. Heißt, ja, hier unten dran, hier an der Säule, ihr müsst dann quasi hier runter. Hier geht es dann ja eigentlich weiter zum Boss. Ihr macht dann hier noch den Trash. Einer läuft dann hier hinten rum und klickt die an. Und man kann theoretisch, wenn man das drauf hat, hier auch runter springen, die Katze anklicken und sich den Trash sparen. Aber das sind irgendwie fünf oder zehn Mobs, keine Ahnung, die kann man schnell wegmachen. Und dann klickt man die Katze an. Und ja, dann haben wir sie zweimal angeklickt. Und danach müssen wir dann einmal zu Kel'Thuzad. Und dann können wir sie vor Kel'Thuzad nochmal anklicken. Und jetzt muss quasi entschieden werden, welcher Spieler sich da bereit erklärt, das zu machen. Denn der hat dann die Katze so auf der Schulter sitzen. Und mit dieser Katze muss er dann in der Intermission runter in die Anführungszeichen Herzphase. Und zwar ist es ja so bei Kel'Thuzad, den klopft man ja runter auf null Leben. Und dann beginnt ja die Intermission-Phase, wo man quasi die Hälfte der Gruppe oben lässt und gegen Eds kämpft. Und die andere Hälfte, oder wie man es halt auch dann dementsprechend einteilt, Spieler schickt man dann in diese Herzphase, wo man dann drin Kel'Thuzad bekämpfen muss. Und dort müsst ihr dann dementsprechend Mr. Bigglesworth mitnehmen. Leider habe ich das als Tank nicht machen können, aber im Endeffekt ist es relativ simpel. Was passiert in dieser Herzphase? Ihr habt dann so einen Extra-Button, den drückt ihr, lasst da Mr. Bigglesworth raus, haut das Herz dann dementsprechend runter. Und dann habt ihr die Voraussetzungen für die Chiefen erfüllt. Das müsst ihr tatsächlich nur einmal machen. Dann ist nämlich, ja, sein Herz geschmolzen und ihr könnt den Boss töten. Also ihr müsst dann natürlich schon die weiteren Intervalle spielen. Also Kel'Thuzad wieder runterklopfen, Herzphase spielen. Also das erspart euch nicht die mehreren Herzphasen. Aber ihr müsst es nur in einer von diesen Herzphasen quasi machen, um dementsprechend dann den Credit for the Achievement zu bekommen und könnt dann einfach ganz normal den Boss runter spielen. Im Endeffekt ist es nicht sonderlich viel. Ihr solltet halt die Katze einen Spieler geben, der sowieso ins Herz runter geht von eurer Einteilung auf. Also in dem optimalen Fall einem DD, der da unten den Schaden auf das Herz bringt. Und dementsprechend sonst könnt ihr den Fight normal spielen. Das Schwierigste an dem es schief ist, quasi die Katze, die zweimal vorher anzuklicken, um die dann mitzunehmen. Solltet ihr das vergessen haben, könnt ihr jederzeit zurückgehen und die quasi dann nochmal anklicken und dementsprechend die vor Kel'Thuzad dann erscheinen lassen. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich soweit helfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Eutela, bis dann. Ciao! Ciao! Ciao!